Liebe Freunde der Odenwaldtouren, das neue Programm, das jetzt im Oktober beginnt, heißt ja bekanntlich Pafnir Grimhils Drache. Und heute geht es auf eine ganz besondere Tour. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, und zwar nach Worms. Die alte Burgundenstadt spielt natürlich auch bei den Nibelungen eine große Rolle. Und dort gibt es das Nibelungenmuseum. Ich habe mir für meinen Ausflug heute Verstärkung geholt. Fündig geworden bin ich hier in Rimbach bei meiner Freundin Mary. Also für diejenigen, die das nicht wissen, hier gibt es das Drachenhaus. Und die Marion Pech ist die Gastgeberin der Ferienwohnung Drachenhaus hier. Sie sagt gerne von mir, ich wäre als mal etwas peinlich. Mal gucken, ob wir das heute vielleicht bestätigt bekommen. Und da ist er auch schon. Ihr müsst euch ja nicht verraten, dass ich euch das gesagt habe. Wir sind in Worms angekommen. Ganz moderner Bau, das Nibelungenmuseum hier. Ich kann es euch mal zeigen. Vor allem ganz wichtig für nach dem Besuch. Das Café habe ich eben schon entdeckt. Mary, hast du dieses Zepte gesehen da drin? Also das Museum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir haben jetzt Halbzeit. Wir haben noch die Kopfhörer drin. Und momentan ein bisschen Musik auf dem Weg von einem Turm in den nächsten. Ihr könnt euch aussuchen dabei, ob ihr die ganze Story aus Sicht von der Nibelungensage haben wollt. Oder Richard Wagner, der Ring. Wir sitzen jetzt und lassen das Nibelungenlied rezitieren in dieser alten Sprache. Hört sich so ein bisschen an wie eine Mischung aus Norddeutsch und Schweizerdeutsch fast. Ganz interessant, gell? Ja, absolut. Kannst du das mit dem Faszinierenden noch einmal sagen? Faszinierend. Ich finde es toll. Das war absolut sehenswert. Ich habe mich natürlich auch gleich mit Text eingedeckt in den Mittelhochdeutschen im Original. Und habe schon einige Ideen wieder mitgenommen für das Programm. Siegfrieds Grab. Also natürlich nicht das echte. Aber es macht schon mal etwas her. Unweit vom Nibelungenmuseum hier. Es war wie immer sehr anstrengend mit mir, stelle ich fest. Jetzt tut eine kleine Pause gut. Und da setze ich mich jetzt einfach mal dazu. Und rezitiere die alten Nibelungen. Da musst du jetzt durch. Ja. 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 Das ist ein schönes Wettbewerb. Uns ist in alten Meeren wunders viel geseit, von Heldenlobebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezehten, von Weinen und von Klagen, von kühnere Künstritchen moget ihr nur Wunderhören sagen. Das Lied der Nibelungen, es ist nie verklungen bis heut. Ja, ihr Leben, wir sind wieder zurück von unserem Ausflug in Worms, hier im Drachenhaus angekommen. Schön war's und ich möchte euch das also wärmstens ans Herz legen, auch einfach die Stadt Worms mal zu besuchen. Nicht jetzt nur wegen des Nibelungenmuseums, es lohnt der Dom, den wir ja besucht haben, es lohnt die Stadt. Ihr könnt den Hagen von Trondje sehen, wie er den Schatz der Nibelungen in den Rhein wirft. Und natürlich dürft ihr Paffnir-Cremhills-Drache nicht versäumen. Leider ist ja die Oktobervorstellung, die Premiere schon ausgebucht. Für die Veranstaltung im November im Hotel Gasbachtal Nibelungen Café in Gras-Ellenbach gibt's noch Karten. Wo? Natürlich auf odenwaldtouren.de und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.